Ob mit dem passenden Bus oder mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, am Ende der Elbchaussee im Zentrum von Blankenese finden Sie bei Gräbau Immobilien den Makler Ihres Vertrauens und das seit mittlerweile 33 Jahren. Als Mitglied im Verband des IVD konnten wir unsere Marktanteile dabei in den vergangenen Jahrzehnten beständig ausbauen. Gräbau Immobilien steht für gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter mit guter Ortskenntnis, überdurchschnittlicher Erreichbarkeit und zuverlässigen Öffnungszeiten des Ladengeschäfts auch am Samstag. Der IVD unterwirft sich seriösen Standesregeln, ist in der Regel auch besser ausgebildet als vielleicht der ein oder andere Kollege. Und wir arbeiten mit Freude als Team, vier aktive Personen hier in unserem Büro zusammen. Wenn auch Sie ein Plätzchen in Hamburgs schönem Westen suchen, zur Miete oder zum Kauf, dann rufen Sie uns an. Gräbau Immobilien aus Blankenese, der Makler Ihres Vertrauens.